Hallo, ich habe heute einen ganz, 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 ganz kleinen Primer-Call für euch. Ich habe mich wirklich zusammengerissen, nicht so viel zu kaufen, obwohl ich fand, bei Primer gab es diesmal wirklich viele schöne Sachen. Als erstes habe ich mir mal wieder einen Gürtel gekauft, und zwar diesen hier, mit so Kreuzen drauf und hier hinten so einem Gummizug und einem Druckknopf zum Zumachen. Und der hat 2 Euro, glaube ich, gekostet. Dann noch dieses Crop Top, ganz schlicht. Und die Farbe mochte ich so gerne. Und das hat nur noch 1 Euro gekostet. Dann noch eins in weiß. Das ist ein bisschen anders geschnitten, also das Blaue ist eher so, ja, figurbetont. Und das Weiße ist halt eher so ein bisschen locker. Hat hier auch noch so eine Tasche, hat aber auch nur 1 Euro gekostet. Dann noch dieses hier. Auch wieder ein Crop Top, aber halt mit langen Ärmeln. Und hier so Pink. Pink ist ja eigentlich so gar nicht meine Farbe, aber das fand ich irgendwie ganz süß. Und das war auch reduziert von 6 Euro auf 3 Euro. Dann habe ich mir noch solche Shirts gekauft. Da fand ich das Muster so süß. Es sind halt so ganz viele verschiedene Bäume drauf. Und ja, hier waren eigentlich ursprünglich so silberne Knöpfe drauf, aber die haben mir nicht so wirklich gefallen. Deswegen habe ich sie abgemacht. Und die haben reduziert 5 Euro gekostet. Aber weil hier ein Knopf gefehlt hatte, habe ich es dann für 4,50 Euro bekommen. Dann noch ein Crop Top. Und zwar dieses hier. Das ist in so einer Fliederfarbe, aber ich glaube, das erkennt man jetzt gerade leider nicht so. Das mag ich auch ganz gerne. Das hat nur noch 50 Cent gekostet. Und deswegen habe ich das gleich auch nochmal in so einem Blau geholt. Die sitzen auch voll gut. Dann habe ich mir noch ein Tuch gekauft. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Kann ich zwar gerade leider nicht tragen, weil es viel zu warm ist für sowas, aber es hat halt so Blumen drauf. Und das ist wirklich lang. Also ich finde, Primark-Tücher sind oft total kurz. Und ich mag es überhaupt nicht, wenn sowas Dünnes um den Hals hängt. Ich finde, das sieht irgendwie komisch aus. Und das ist wirklich lang und echt schön. Und dann zu guter Letzt bei Primark habe ich nur noch so Haargummis gekauft. Die nehme ich eigentlich fast jedes Mal mit. Die haben halt hier so ein Metall-Ding, aber das stört mich jetzt nicht so. Und das hat 1,50 Euro gekostet. Achso, das Tuch hat 4 Euro gekostet, falls ich es noch nicht gesagt hatte. Dann war ich noch bei H&M, da habe ich mir auch nur ein Teil gekauft. Und zwar noch mal ein Crop Top in weiß. In weiß halt so ganz normal. Und das hat 2,95 Euro gekostet. Und dann war ich mal nach ganz, ganz langer Zeit wieder bei Taco. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendwas für Taco gekauft. Aber die haben da echt eigentlich ganz coole Hosen. Und ich habe auch gleich zwei mitgenommen. Und zwar einmal diese hier. Die hat so ein Blumenmuster. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das so erkennt. Ich finde die wirklich schön. Das ist halt so eine ganz normale Skinny-Jeans. Und die war reduziert von 29,95 Euro auf 12,95 Euro. Und dann habe ich, wie gesagt, noch eine Hose gefunden. Und zwar diese hier. Ups. Auch ganz schlicht eigentlich. Auch eine Skinny-Jeans. Und auch für 12,99 Euro. Und ja. Die sind auch voll bequem. Die haben halt so ganz viel Stretch-Anteil. Und passen sich wirklich gut an. Und die gefallen mir beide sehr, sehr gut. Und das war es auch schon. Wie ihr seht, habe ich mich sehr zusammengerissen, nicht so viel auszugeben. Und ich denke, das ist mir eigentlich auch ganz gut gelungen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Des Moises. Tschüss. You've shown me something I will never forget. I'll never regret. The jewel of the Nile. The diamond in the sky. And the cherry in the pie. Oh, things are getting better. Untertitelung des ZDF, 2020